In letzter Zeit, nicht wahr? Dabei ist doch schon bedeutend besser. In den letzten Tagen. Deswegen wollte ich dir aber eine kleine Freude machen und ins Theater nehmen. Ja, und weißt du, wieso es besser geht? Weil du so lieb zu mir bist schon, wie du vorgestern Abend zu Hause geblieben bist und wir zusammen zu Acht gegessen und Karten gespielt haben. Ich war so glücklich, ich fühlte mich gesund. Und gestern Abend bei Leverjet, wie du mir aus Loft Barrow vorgelesen hast, diese Wahrscheinlichkeit auf der Runde. Du hast immer noch nicht gesagt, ob du lieber in den Schickste bist oder zum Molière. Ja, wofür soll man sich entscheiden? Komödie oder Tragödie? Lust oder Trauer? Beides mit Angst, da ist kein Unterschied. Denn beides heißt Glück, heißt mit dir zusammen sein. Nancy, wir trinken den Tee heute hier. Denken Sie mit dem Tisch und nehmen Sie auch ein frisches Tischtuch. Das Damasten. Das ist auch ein frisches Tee. Dich, bei unteren Sie, das habe ich mit Beispiele in der Richtung verpassen. Das ist nur ein frisches Tee. Das ist die Karte. Vielen Dank.